falls ihr euch fragt warum ich noch nicht live bin hier steht abgeschlossen 7% ich habe gerade bis jetzt eben das Video geschnitten das kommt nachher online und ja wenn das hier fertig geladen ist und ich den Titel gemacht habe und auf Uploads gemacht habe dann gehe ich live sollte so um 23 Uhr wahrscheinlich sein